Der ehemalige EU-Kommissar und Ministerpräsident Günther Oettinger war am Mittwochabend zu Gast in der Kreissparkasse in Metzingen. Dort drehte sich alles um die Kunst der schwäbischen Mundart. Unter dem Motto Die Welt auf Express-Schwäbisch erzählte Oettinger von seinen Erfahrungen mit dem schwäbischen Dialekt in der großen Weidenwelt. Der Abend fand in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schwäbischer Dialekt e.V. statt.